ARR, Natur- und Kulturreisen, ist seit langer Zeit unser Partner und neben mir steht die Christine. Und Christine, seit wann macht ihr die Fotoreisen? Jetzt sind es schon fast sieben Jahre und es macht uns auch Spaß und Base kommt gut an. Was war eigentlich deine interessanteste Erfahrung bei Fotoreisen? Ich finde es einfach super, weil es kommen einfach Gruppen von Leuten zusammen, die alle das gleiche Interesse haben und es beginnt ein richtiger Kick auf den Fotoreisen, weil man experimentiert und es heißt nicht, komm, tu mir weiter, wir müssen weiterfahren, sondern es ist einfach eine gegenseitige Wechselwirkung da und es kalt mir total. Man hat mehr Zeit und es macht unheimlich Spaß und alle haben das gleiche Interesse und es ist einfach super. Links von mir steht der Peter von AT Reisen aus Leipzig, die auch in Kooperation mit ARR mitarbeiten. Was sind die Highlights Peter, die ihr anbietet in Leipzig? Wir selber anbieten. Wir selber anbieten.